Hallo und herzlich willkommen. Was ist der Vorschlag für die gute Tat heute? Die ist einfach, lade mal ein paar Personen, wo auch einige darunter sind, die du bloß vom Seelen her kennst oder bloß ganz flüchtig, zu dir ein, um zusammen gemeinsam ein Video zu schauen. Was du schon lange nicht mehr gesehen hast, wenn du immer wieder sehen wolltest, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Frieger, Klug der Co., Toten Dichter, Legende von Paul und Paula oder irgendwas in der Richtung und unterhaltet euch dann danach noch ein bisschen über den Film und ich denke, das hilft die Kommunikation auch in der Stadt zu verbessern, das Netzwerk zu verbessern und man muss dazu auch nicht immer ins Kino gehen. Manchmal geht das zu Hause auch deutlich besser und deswegen würde ich mich freuen, wenn einige von euch mitmachen und wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und eine sehr schöne Adventszeit.